Hallo, es ist Naruto-1986. Herzlich Willkommen zu Assassin's Creed Unity zu Part 76. Oh, Entschuldigung, dass ich vorhin gerade so deswegen ausgerastet bin, deswegen aber. Monsieur Robespierre, private Erfrischung. Lenkt die Wachen ab. Ich habe eine Idee. Mach ich. Lenkt die Wachen ab. Ja. Nicht gucken, wo hier gerade einer herkommt gleich. Mit dem Deutschen des Atheismus und dem Gift des... Gift des Atheismus. Hör auf, dich hier umzuhören, du verdammter... Dreckspenner. Jetzt reicht's. Jetzt hört auf, mehr auf den... Piss zu gehen, Alter. Oh, Alter. Hör auf, dich zu ducken, du dummer Sau. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Jetzt wird's nämlich hier duckenständig. Ich seh nicht, du Schwein. Einen Scheiß siehst du jetzt haben. Zu denen, die gut sind. So, gut. Lass sie. Lass sie uns zu. Aber nicht mehr. Lass uns großzügig sein zu denen, die gut sind. Barmherzig zu den Unglücklichen und unerbittlich zu den Böswilligen. Freit. Jetzt reicht's. Jetzt hört's auf. Glaub mir, jetzt hört's auf. Ihr verdammten Idioten. Dann kommen wir, wenn du was willst. Komm. Hi. Oh ja. Robespierre schwachelt von Freiheit und Gnade, während Tausende zu Geotiden geführt werden. Wenn Don Quot das sehen müssen, würde er an seiner Trauer ersticken. Aber was können wir tun? Trotz aller Gräuel steht das Komitee unter ihm. Verdammt! 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 Bürger, fürchtet Ihre lasterhaften Verschwörungen nicht länger! Sie können die Welt nicht von der Luft in den Schwesters leben! Komm her, du! Nervt mich schnell, okay, haut ab jetzt! Oh, Mensch! Oh, wisst ihr, er ist populär, aber er ist nicht Gott. Auch wenn er das glauben wacht, er kann mir gar nichts sagen. ...psychische Hingabe ist die Keine bei der Frage. Die Kerle der Leute vermögen euch vielleicht das Leben vernehmen, aber sie haben keine Macht, euch vollständig auszulössigt. Menschen! Och, Mann! Och, Leute, nervt mich jetzt nicht! Ja! Jetzt reicht's! Jetzt... ...haut... ...endlich... ...ab! Verdammt! Das alles hier zum... ...drecks Kampf enden muss! Das nervt langsam jetzt! Das nervt, dass das alles hier zum... ...drecks Kampf enden muss! Jetzt haut endlich ab, Mann! Jungen, verpisst euch! Ich sag's euch! Verpisst euch mir! Halt da! Auf zum Nerven, Alter! Er ist in das Licht zurückgekehrt! Echt? Glaubt mir, das habt ihr euch selber zuzuschreiben! Wenn ihm es auf die Nerven geht, ey, dann... ...haut ab, Alter! Oh, haut ab und lasst mich in Ruhe jetzt! Da unten noch eins! Er ist in das Nichts zurückgekehrt! Dieses Monster... ...haut ab jetzt ins Knall! Ich schwöre, dass ich... ...hau ich eine rein, mir den nicht abbraut! Mögen alle Übel der Welt mit ihm verschwinden! Bewaffnet mit den Dolchen des Fanatismus! Was jetzt? Was jetzt? Ich krachten die Könige immer noch danach! Ich knalle gleich eine! Glaub mir, dass ich knalle gleich eine! ...die das Göttliche nicht länger mit Aberglauben verbessern können! Um ihre Vergehen damit zurechtfertigen! Versuchen sie nun, es komplett von der Erde zu bannen! Und alleine im Fernsehen... Geh halt runter, Arno! Bürger, fürchtet ihre lasterhaften Verschwörungen nicht länger! Sie können die Welt nicht von der Brust dieses Schöpfers nehmen! So, wo ist der Nächste? Da drüben! So! Nummer 2 habe ich schonmal! Eine noch! Das ist 76! Manchmal gehen die Typen echt so auf die... Piss, Alter! Langsam! Wer zum Teufel denkt drauf, ihr wer ist? Ihr neidet euch mit euren Erfolgen! Ja! Ja, das könnte es sein, oder? Ja, das könnte es sein, oder? Das sollte das ganze Leben allein entporen! Wie der Gott und Herr und Junge! So! Genau! Ist aber schuld den Tod! Es ist die Weisheit vor allem, die unsere schuldigen Feinde aus der Republik vertreiben will! Der Weisheit allein obliegt es den Wohlstand von Imperien dauerhaft zu gewährleisten! Hm! An die Liste der Feinde der Revolution? Das sind fast 50 Namen! Rob Speer geht jetzt wirklich zu weit! Da tobt der Fuchs im Himmel raus! Die armen Henne! Und nun? Wir warten! Das dauert nicht lang! Wenn Rob Speer die Unterstützung des Fuchs verliert, ist der Glamour nicht mehr von Lutzen! Und wenn Glamour ein Feind ist... Ist er verwundbar! Gehen wir! So! Dann wollen wir mal fortfahren hier! Bitte mal! Enloid fortfahren! Puh! Mann! Die Leute gehen mir so oft die Nerven ey! Wirklich! Das ist nicht wahr ey! Ok weiter geht's! Wer sind die Revolutionäre? Ich frag dich nicht nochmal! Du fragst auch nicht mehr nach! Das hast du! Ich will nicht mehr! Ich will nicht mehr! Ah, hier ist ein Klient! Kein Problem! Gerne doch! Ah, mal hab ich gar keine gebraucht! Da brauche ich mir jetzt nicht so viel davon! Das geht mir jetzt nicht gut! Mit draufbomben wollen die nicht! Werden wir jetzt nicht so viel! Das finde ich super! Und bei den Munzern fahren die auch nicht so viel! Das finde ich super gut! Ohne Witz! Jaa, da war eigentlich viel zu viel für die Medizin! Das ist... Na, da ist äh! Da ist ähhh! Jetzt bin ich jetzt so niedrig und ne! Leg' mich doch an! So! Da, ja. Ich komm' ich dir noch nach Medizin zu kriegt! Na warte mal! Ich kann mal gucken, ob ich es da mal von passen! Fähigkeiten probieren! Was komm' ich hier! Ich kann mal hier! das sind direkt 8 ich guck mal ob ich da irgendwas bekomme warte mal 12 das ist 10 nee das lassen wir mal schön hier 9 das sind 2 das sind hier 4 für ankampf was haben wir hier schönes das sind ja alle 8 warte mal wie viel haben wir hier für auch 8 was ist das 10 naja nehmen wir mal die verbesserten phantomklingen einfach habe ich jetzt alle 8 benutzt jetzt nämlich die hier als nächstes hole ich mir die hier das ist so schnell als wenn man das holen kann ich habe mir jetzt schon die verbesserten phantomklingen geholt ich habe mir jetzt schon die verbesserten phantomklingen geholt schnell neun hab ich dann mit einer medizin bräuchte noch und dann hab ich im Prinzip alles wieder voll Giftpumpen hol ich mir auch noch ich habe mir jetzt phantomklingen geholt weil du nicht es passt etwas zu sagen dadurch dass ich die Verbesserung die Phantomklingen jetzt so verbessert habe konnte ich hingehen dadurch dass ich jetzt verbessert habe die Phantomklingen durch dass ich die jetzt verbessert hatte oder habe besser gesagt kann ich jetzt zum beispiel auch welche jawohl endlich jetzt kommt ja kohle rein perfekt ja oder wir lassen jetzt die hauptquests machen jetzt doch wieder noch ein paar nebenquests weiter um ein paar kisten zu sammeln oder halt paar andere sachen zu machen jetzt muss ich mal gucken ich hier unten zum beispiel noch ein paar von den kisten müssen das sind Geld sammeln schnell das ist das war für vorhin die also kommt jetzt ins Geld und gleiche ich habe mit den Krieg ja perfekt haben wir es in die Ziele Ich hab meine letzte Medizin gekriegt Freundchen bleib stehen, Alter, dann kommst du mir nicht, warte Ich hab die Lachse tun, kommst du mir nicht, Alter Wenn ihr das glaubt, dass ihr sowas gegen mich könnt, dann habt ihr euch gedäuscht Weil das Geld, was ihr da habt, das kann ich gut gebrauchen Das ist ne coole Idee, das mach mal so Machen wir das jetzt so rum Und versuchen mal... Okay, dann komm ich nicht an den Hacken Dann muss ich wohl hier rein Ich hab mir schnell lieber erstmal die verbesserten Phantom-Klingen geholt Alter, jetzt reicht's Ja Pfff Tch 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 Perfekt ist doch So und das ist jetzt auch cool Na also Dann beende ich jetzt hier den Party sehen und im nächsten Part wieder Naruto 1986 Ich freu mich wenn ihr wieder einschaltet, wieder dabei seid Gibt da oben hoch und nehmt meinen Kanal zu, wenn ihr mich sehr nett von euch Dankeschön, auf Wiedersehen, Ciao, bis gleich